Wie stelle ich mein Schweißgerät, egal ob WIC oder MIG-MAC, richtig ein, ist wohl die Frage, die mich am häufigsten erreicht, wenn ich von Leuten aus der Community angeschrieben werde. Und da habe ich immer einen richtig coolen Tipp parat, den ich heute mal mit euch teilen will. Denn oftmals ist es so, dass diese alten Faustformeln mit so und so viel Ampere pro Millimeter Materialstärke nicht wirklich gut funktionieren. Das ist beim WIC-Schweißen so, wenn wir in verschiedenen Positionen arbeiten oder auch beim MIG-MAC-Schweißen. Und da habe ich ein richtig, richtig cooles Tool an der Hand, was euch die Arbeit da auf jeden Fall erleichtert. Und das will ich euch heute mal vorstellen. Das ist die Welt-Connect-App von Fronius. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir werden das Ganze heute mal ausprobieren. Wir werden WIC-Schweißen als auch MIG-MAC-Schweißen und schauen uns das Ganze mal an. Für Anfänger ist es wirklich schwierig, die richtigen Einstellungen für das Schweißgerät zu finden und viele tun sich da unheimlich schwer. Und oftmals ist es eben so, dass diese alten Faustformeln einfach nicht funktionieren. Ich habe hier mal ein Aluminiumblech und das hat jetzt hier 4 Millimeter Materialstärke. Und wir haben natürlich völlig unterschiedliche Einstellungen, ob wir hier oben draufschweißen wollen, ob wir eine Auftragsnaht machen wollen oder, so wie hier drinnen, eine Kehlnaht. Also alleine an diesem Blech haben wir schon x verschiedene Varianten, die wir eigentlich schweißen können. Und da unterscheidet sich natürlich auch die Stromstärke, die wir brauchen. Natürlich ist es so, dass das auch von Schweißer zu Schweißer ein bisschen variiert. Der eine schweißt eher schnell, der andere eher langsam. Aber damit man erstmal einen guten Anhaltspunkt hat, wie man das Ganze bewerkstelligen kann, gibt es diese App. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ich zeige euch das Ganze mal. Das hier ist die Welt Connect App von Fronius. Und wir können hier einmal für das WIC als auch für das Mic Max Schweißen unsere Schweißparameter auswählen. Was besonders cool ist, bei einer neuen Maschine, so wie hier die iWave, können wir diese Parameter sogar direkt auf die Maschine als Job übertragen oder auch Jobs mit anderen teilen. Das ist ein richtig cooles Feature und macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da jemanden hat, der vielleicht die gleiche Maschine hat oder eine Maschine aus der gleichen Generation. Wir werden als allererstes mal das WIC Schweißen angehen und da einfach mal ein Beispiel durchführen und das Ganze ausprobieren. Wir gehen also auf den WIC Wizard und haben dann hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das ist für das Schweißgerät. Ich wähle jetzt meine iWave 230 ACDC aus. Dann schauen wir erstmal, was hervorschlägt. Er will erstmal das Material von uns wissen. Und das ist in diesem Fall ALMG. Das haben wir soweit. Danach kommt die Nahtform, die wir auswählen. Ich würde sagen, wir machen gleich mal eine Kehlnaht. Und als nächstes wird die Blechdicke angegeben und die Nahtdicke. Wir werden jetzt mal 3 mm Blech hier einstellen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. 3 mm. Zusatzwerkstoff fragt ihr auch. Ich werde einen 2 mm Zusatzwerkstoff verwenden. Und als Gas Argon. Man könnte ja auch Argon Helium nehmen. Dann möchte er noch wissen, was wir für eine Wolfram-Elektrode nutzen. Den Durchmesser der Wolfram-Elektrode. Und schon haben wir für unsere Kehlnaht bei 3 mm Aluminium. Da unsere Schweißparameter. In diesem Fall schlägt er jetzt vor, dass wir mit 140 Ampere anfangen. Das entspricht einer Schweißgeschwindigkeit von 23,9 cm pro Minute. Ich kann das natürlich variieren. Also, wenn ich weiß, ich schweiße eher schnell, kann ich das Ganze hochdrehen. Und er passt mir das Ganze dementsprechend an. Jetzt habe ich die Schweißgeschwindigkeit erhöht. Und dementsprechend wurde auch der Strom erhöht. Entscheidend ist, dass wir aber hier auch immer die Streckenenergie im Auge haben. Und das habt ihr aus meinen anderen Videos ja schon gelernt. Ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben jetzt also die groben Einstellungen. 3 mm Kehlnaht, Aluminium, um die 140 Ampere. Und das probieren wir einfach mal aus. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Ich habe mich soweit umgezogen. Und ganz wichtig, die Jacke an. Auch wenn es warm ist im Moment. Aber wir müssen uns natürlich schützen beim Schweißen. Wir haben jetzt hier die 3 mm Bleche. Ganz normale Standardeinstellungen. Nichts großartig an der Maschine eingestellt. Alles auf Werksmodus. Aber halt eben die Stromstärke vorgegeben. Wir werden jetzt einfach mal das Ganze heften und dann abschweißen. Jetzt hier einen ganz kleinen Hefter gesetzt. Und ich nehme mir das Ganze jetzt hier in die Vorrichtung. Und dann werden wir mal schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Die Absorgung schalten wir natürlich mit ein. Die Absorgung schalten wir natürlich mit ein. Ich glaube, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Das war für mich persönlich ein bisschen zu kalt. Ich schweiß lieber schnell. Hätte gerne noch 10, 15 Ampere mehr gehabt. Habe es jetzt übrigens auch, ihr habt es gesehen. Ich habe mit einem Brenner geschweißt, der keinen Taster hat. Habe es aber so gemacht, dass ich das Fußpedal voll durchgetreten habe. So, als wenn ihr einen ganz normalen Brenner mit Taster habt und die Maschine quasi voll durchzieht. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Das Ganze hat natürlich noch ein bisschen Wärme, aber ich denke, so sollte es gehen. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ist auf jeden Fall eine Einstellung, mit der man diese Aufgabe schweißen kann. Und das ist ja eben ganz entscheidend. Wir probieren das Ganze nochmal aus und zwar für eine Überlappnaht und danach machen wir uns mal ans Maxschweißen. Auch bei der Überlappnaht habe ich meine Parameter wieder eingegeben. Er schlägt mir in dem Fall jetzt 120 Ampere vor, was auch Sinn macht bei der Nahtform. Brauchen wir einfach weniger Energie als bei der Kehlnaht. Ich bereite die Bleche vor, werde es nochmal schweißen, werde das Ganze nicht filmen, sondern überspringen und euch dann das Ergebnis einmal zeigen. Und dann geht es mit Mack weiter. Auch hier das Schweißen der Überlappnaht hat echt gut funktioniert. Hier habt ihr nochmal die Kehlnaht in einer Nahtaufnahme. Das ist natürlich schon echt viel wert, wenn sich da jemand unsicher ist. Und nun machen wir das Ganze nochmal mit dem MAG-Schweißverfahren. Bei MAG bin ich persönlich auch echt gespannt, denn das ist ein Verfahren, was ich persönlich nicht so mag. Und da bin ich mal gespannt, was er uns da vorschlägt. Dann werden wir genau diese Einstellung auf der Maschine reproduzieren und einfach mal direkt drauf losschweißen. Wir gehen also in den Mack-Wizard. Wir können jetzt hier auch die Maschine auswählen. Und da meine Maschine ja eine älteren Generation ist, gehe ich einfach mal auf andere. Dann fragt er wieder nach dem Material, in diesem Fall Stahl, den wir schweißen wollen. 3 mm. Und hier würde ich auch eine Kehlnaht ausprobieren. Und dann wird es schon spannend. Im Vergleich zum Blickschweißen haben wir hier ja viel, viel mehr Einflüsse. Denn beim MAG-Schweißen kommt der Zusatzwerkstoff konstant. Das heißt, man hat gar nicht so viel Spielraum, wie man es beim WIG-Schweißen hat. Und dann schauen wir mal. Da haben wir schon eine ganze Menge an Auswahlmöglichkeiten. Erst einmal die Blechdecke. In unserem Fall 3 mm. Die Nahtdicke, also das A-Maß der Schweißnaht, möchte ich mit 3,5 mm haben. Dann fragt er den Öffnungswinkel der beiden Bleche, also ob diese Bleche 90 Grad zueinander stehen oder vielleicht etwas anders. Aber das lassen wir mal so. Dann möchte er wissen, ob wir einen Spalt damit eingeplant haben. Das haben wir in diesem Fall nicht. Das macht man ab und zu bei dickeren Bauteilen. Und die Nahtüberhöhung, also diese leichte Überwölbung möchten wir haben von einem Millimeter. Der nächste Schritt ist der Zusatzwerkstoff. Denn man hat ja verschiedene Möglichkeiten, so einen Stahl in diesem Fall jetzt hier zu schweißen. Man könnte das ja mit einem Massivdraht oder mit einem Fülldraht schweißen. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Wir entscheiden uns für den Massivdraht, der auf der Maschine verbaut ist. In diesem Fall 1 mm. Das wird auch alles gerade abgefragt. Finde ich total grandios. Ganz entscheidend, einer der letzten Schritte ist einmal die Gasauswahl. Denn es gibt ja welche, die schweißen mit 100% CO2 oder, so wie die meisten, mit einem Mischgas. Das habe ich jetzt ausgewählt. Und jetzt wird es nochmal sehr, sehr interessant. Bei der Frage nach den Schweißprozessen. Wir werden hier jetzt verschiedene Schweißprozesse vorgeschlagen. Und ich möchte das Ganze sehr, sehr gerne mal im Standardprozess, also kurz, übergangs- oder auch Sprühlichtbogen schweißen. Ich wähle da universell. Und jetzt schauen wir mal, was er jetzt von uns wissen möchte. Das finde ich wirklich mega. Er fragt uns nach der Position, in der wir schweißen. Und das bebildert also. In unserem Fall jetzt hier Position P, B, die wir gleich schweißen werden. Und dann sagt er, hey, das ist so eine kleine Naht oder dünnes Material. Das kannst du in einer Raupe schweißen. Bei dickeren Sachen würde er dann auch gleich vorschlagen, okay, das musst du in mehreren Lagen schweißen. Und jetzt haben wir unsere Schweißparameter. Und das ist wirklich super, 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 super spannend, weil wir auch hier mit der Geschwindigkeit arbeiten können, die wir beim Schweißen haben. Er sagt jetzt 30 Zentimeter pro Minute. Das ist ein Wert, wo ich persönlich gut mit klarkomme. Das passt. Wenn du jetzt ein sehr, sehr langsamer Max-Schweißer bist, dann gehst du vielleicht lieber auf 28 Zentimeter pro Minute. Für uns die entscheidenden Kenndaten beim MAG-Schweißen ist einmal der Drahtvorschub und die Spannung. In unserem Fall 19,2 Volt und 7 Meter die Minute Drahtvorschub. Das stellen wir jetzt mal an der alten Fronius ein, schweißen das Bauteil und gucken, was passiert. Ich bin jetzt bei der Maschine hier in dem manuellen Modus, also habe die Synergie verlassen und weiß jetzt, ich brauche 7 Meter Drahtvorschub und ich brauche eine Spannung von 19,2 Volt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind jetzt unsere Einstellungen für das MAG-Schweißen. Jetzt bin ich wirklich super, super gespannt, was da passiert. Ich habe hier zwei alte Blechbauteile. Natürlich sollte man, wenn das etwas richtiges zu schweißen wäre, erstmal den Zunder entfernen. Wir wollen gerade einfach nur probieren, ob die App auch bei dem Verfahren so gut funktioniert. Und das machen wir dann mal eben ohne den Zunder zu entfernen. Ich denke, für so einen Test sollte das auf jeden Fall ausreichen. Ihr seht übrigens jetzt, dass ich einen anderen Helm benutze. Das mache ich grundsätzlich so, denn so ein MAG-Helm sieht ganz schnell ziemlich böse aus. Und ich möchte mir die Helme, die ich fürs WIG-Schweißen brauche, wo ich eben wirklich eine klare und gute Sicht haben will, nicht versauen. Deswegen dieser hier, der nur fürs MAG-Schweißen genutzt wird. Absaugung machen wir gleich wieder mit an. Ich werde das Ganze schweißen und dann schauen wir, was passiert. Ich werde das Ganze schweißen. Ich werde das Ganze schweißen. hier noch mal unser ergebnis vom mag schweißen ich habe da auch mal bewusst versucht die geschwindigkeiten stark zu variieren so wie es eine anfänger halt auch macht aber ich denke trotzdem hat man da echt brauchbares ergebnis wie gesagt ohne jetzt irgendwas zu optimieren einfach nur mal gucken wie ein anfänger damit klarkommen würde total klasse also man ist auf jeden fall immer im richtigen bereich auch hier beim ele stahl schweißen läuft das ganze richtig richtig gut man ist auf jeden fall im richtigen bereich das hat auf jeden fall richtig richtig gut funktioniert und besser als erwartet ich finde die er wirklich gut ich mag die er wirklich wirklich gern weil sie eben für anfänger eine super super hilfestellung ist und auch für erfahrene benutzer es gibt hier zum beispiel leute die nur im dünnblech bereich unterwegs sind und dann probleme haben wenn sie mal was dickeres schweißen müssen oder umgekehrt also richtig richtig gutes hilfsmittel gefällt mir auf jeden fall hat meine klare empfehlung und ihr bekommt in der video beschreibung lasst mal was in den kommentaren stehen wie euch die app gefällt und was ihr davon haltet bis zum nächsten mal und macht's gut